hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge real farming ls 19 mit reality hier bei dem hof blau bär so reingehen oder da laufe ich gleich ein bisschen schneller eine frage war durchsatz vom holz hat das hat man schon so genau wie es mit einer metzgerei ausschaut da ja da hatte ich jetzt da sind jetzt gerade zehn schweindel drin da habe ich beim beim schweine bauen habe ich mir zehn zehn schweine mästen lassen die habe ich da jetzt schon mal hingebracht wie kriegst du denn die schweine immer zu dir zum metzger der 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 wind diesel der hat gemeint er hat er hat so einen anhänger hat er da ach so ja werden können wir euch gerne auch mal unseren auslangen wir haben ja den großen da stehen ja der hat auch irgendwie den großen von der gemeinde wo er liest oder so keine ahnung ach so welchen deal der da genau hat ja aber mal was anderes ja auch wir sind auch schön fett ja gut zugange die werden das wäre bestimmt auch superfleisch wenn ich jetzt ehrlich sein darf meine hier wenn sie ausgewachsen sind wie sie 1200 ja und die kühe 1007 oder so ich denke dass mit den bühnen ein bisschen produktiver wirst mit den kühen ich habe mit dem schweinebauern ein deal ausgehandelt der folgendermaßen aussieht dass ich ihm schweine bringe er mir die hoch mästet und ich sie dann einfach wieder abkauf beziehungsweise ich sehe dann einfach wieder abholen ohne bezahlung weil er hat ja daraus eine erhöhte zuchtrate also das ist der je nachdem wenn ich jetzt bei euch natürlich muss auch ehrlich sein wenn ich bei euch jetzt natürlich was für die kühe zahlen muss mehr als denn den normalpreis dann lohnt es für mich nicht also ich zahl ja ich weiß gar nicht was zahle ich für ein schwein 1000 1 16 1500 kann das sein plus steuer ja genau das kommt hin 16 5 habe ich insgesamt gezahlt 14 schweine ok mein klar man müsste halt gucken wenn die wenn die kühe jetzt wirklich so viel mehr gewicht haben dann könnte sich auf 10 vielleicht trotzdem wieder lohnen oder auf eine höhere stückzahl müsste ich müsste ich dann mal durchkalkulieren ja also ich könnte ja warte mal dass man das nennt sich drei satz glaube ich na ja irgendwie so habe ich noch vor ein paar jahren gehört ein schwein kostet mich somit warte mal 1000 kilo kosten mich somit zwölf warte mal gerade meinen taschenrechner rauskram mhm such meinen gerade auch schon ähm 16.500 jörn ja hier im endkaufsweiß hast du es schon gesehen also für die schweinl hatte ich jetzt pro 1000 kilo ein preis von 1400 pro 1000 kilo wohlgemerkt wenn jetzt ein schwein was kostet was hast du gesagt was das kostet eine kuh ja im endkauf 25 pro steuer sind wir bei 2750 57 geteilt durch was hast du gesagt 1700 dann wäre ich 300 teurer 200 220 wenn ich mir jetzt nicht verrechnete preis geteilt durch masse müsste eigentlich passen oder ja kommt hin ja mhm da komme ich dann auf einen kilo preis von einem äh von 1000 kilo von 1600 genau 1600 packer butter ja ja und bei den schweinen wärs 1650 geteilt durch 1300 äh ne 1200 ja sind 1375 und 250 ungefähr weniger ja ja ähm wobei dann wieder auf die masse gerechnet ne bleibts gleich glaub ich ja wenn ich jetzt mal weil der unterschied ist ja weil der unterschied ist ja sag mal nicht die uhr oh gott 1200 da brauchst du ungefähr 17 schweine 20.000 liter kühe mhm 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 ich dachte bei kühe bräuchtest du bei 20.000 liter zum oder 20.000 kilo äh bräuchtest du nur 12 kühe mhm 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 sind 5.000 preislich unterschied wo die schweine trotzdem billiger sind aber jetzt warte mal lass das noch mal exponentiell machen noch mal mal zwei rechnen wir mit 40.000 wie viel schweine brauche ich dann brauche ich 34 tonnen ja genau 34 mal 1,65 0 sind 56 1 und 24 mal 27 50 66 der unterschied klar von der anzahl her brauche ich weniger aber vom von der leistung preisleistung sind die schweine einfach besser muss ich sagen na gut aber es könnte durchaus mal sein dass ich ein paar kälber oder so braucht um dann schöne kalbswurst oder so zu machen kein problem dann würde ich mich trotzdem melden ja das kannst du gerne tun ich würde mich auch noch die tage bei dir melden sobald wir mal geschaut haben was wir in die fabriken reinballern sechs paletten und kartons ja aber wie gesagt erst in den nächsten tagen vielleicht auch wochen müssen erstmal die felder bewirtschaften dass wir da die grundmaterialien haben das kann man gucken was war denn das normale karton und der paletten ist komplett leer also ist noch was da auf vorrat ja also so ist nicht knapp 20 20 paletten habe ich noch aber ich muss auch in den metzger noch paletten und kartons rein machen also wir haben mal gucken würde mich rechtzeitig bei dem melden kommt ja dann auch nicht auf den tag an bei uns okay gut dann mache ich mich mal auf den acker dass ich den hacker noch den den neuner noch zufrieden stellen kann dass ich mich noch zufrieden stellen kommt hinzu ja ja okay alles klar folger bis die tage mal gell ja schön war es hier dann geht die tasse bis die tage tschau ja alles ist ein neumann jo folger hier servus du wolltest tagschnitzel haben ja ich hätte welche man wie willst denn dafür 200 200 200 ja also mit steuer 200 ach so heißt das sind netto preis werden circa 180 182 wenn mich nicht alles täuscht okay ja er mit mit gewinnen mit allem drum und dran 200 will ich werde da nichts mehr drauf schlagen und selbst abholung und wir ab wie viel wir hast du denn da 40.000 40.000 ab hast den anhänger der passt eine ganze glaube ich da auch einstellen kann man einstellen ja gut dann danke erstmal so bitte tschüss äh 8.000 macht das dann gell kannst du ja dann überweisen wenn du jetzt zeit hast so gut bis dann mal bis dann tschüss 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 überlegen ob ich gleich noch ähm also ich muss auf jeden Fall noch ins Sägewerk und ich müsste eigentlich auch ähm wahrscheinlich bei den Kartons noch nachfüllen Hallo? Ja, ich habe ja einen Tag Hallo Wo ist denn da? Die beiden Müller Ach Gott Ja, der eine Müller, den würde ich eigentlich gerne sprechen das wäre, ist das perfekt Und welchen? Den Lukas, glaube ich Ja, was geht's? Ähm Wie schaut's denn aus? Wie sind das jetzt bei der Gemeinde geregelt? Mit Wasser? Kommt drauf an, also wenn du jetzt äh Wo willst du es denn holen? Oder halt Ich bräuchte eine Lieferung Achso, ähm Ich habe nämlich keinen Anhänger dafür Das ist gerade problematisch, weil ich bin nächste Woche nicht da und es könnte frühestens nächste Woche geliefert werden Ähm, da muss ich das mit dem Malen und abklären Das kostet, äh, 350 Euro, die 1000 Liter Wasser 350 Ich gucke gerne noch mal in meine Preistabelle Ja, also wenn sie, äh, 1000 Liter an, äh, äh, wenn sie es geliefert bekommen, 350 plus eine Lieferpauschale in Höhe von 500 Euro Ähm Ähm Äh, am Wasserturm kostet es 350 und wenn sie es am Förderberg, äh, holen 250 Ähm Ich sag ihnen mal so, sie können gern zu mir, äh, kommen, nehmen sie sich den LKW, nehmen sie das Wasserfass, fahren sie es holen Okay, und dann kostet es mit 250 Ja Okay, ich muss mal gleich, Moment, bin gleich beim, äh, äh, passen 32.000 Liter an Ja, ich muss gleich mal gucken, wie viel ich brauche Jo Ähm Ähm Und dann kann ich sagen, wie viel ich, äh, tatsächlich, äh, abhole Jo, alles gut Na, ich muss nämlich grad Hackschnitzel aufladen Jo, passt Ja, ich werd dich auflegen, ich bin im Funk Ja, ja Ja, sieht man aber nicht Ich muss halt schneller fahren 10.000 Geno Gut 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 Jo, so, also, das wären tatsache, äh, 32.000 Liter Hm, gut, Rechnung, äh, mach ich dir fertig und schick sie dir dann per Post Jo Oh Mist Findste dann in deinem Briefkasten nächste Woche, denke ich Oder morgen, je nachdem wie schnell die Post ist Jo, passt Jo Jo Und sonst, was macht ihr so? Wir ernten grad ein Feld für den Wind, weil der jetzt nicht im Erntestrasse ist Ja, okay Und dann werde ich wohl meine Felder ernten Wenn sie bis dahin reif sind Ja Oh ja, okay Und, und du? Äh, ich muss Hackschnitzel wegfahren, zum, äh, zur Zellulosefabrik Hm, dann wünsche ich mir viel Spaß bei Jo Jo Gut, bis denn mal Jo Ciao Ciao Tschüss Tschüss Tschüss